Hi Leute! Ich wollte nochmal den Happy-Life-Kurs ankündigen und zwar für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Deswegen wollte ich nochmal dieses kleine Video hier machen. Ich habe es ja schon mal jetzt auch in dem Video erwähnt, wo ich aus Deutschland zurückgekommen bin. Und jetzt eben hier nochmal für jeden, der es nicht mitbekommen hat. Und zwar am 12. März startet ein gemeinsamer Start wieder vom Happy-Life-Kurs. Und ja, wir gehen da gemeinsam 30 Tage und zwischendrin gibt es vier Live-Q&A's, Antwort-Fragerunden, wo wir uns gegenseitig unterstützen können, wo ihr die Fragen an mich direkt stellen könnt und ich die euch beantworten kann, beziehungsweise auch an die Gruppe. Und gleichzeitig kriegt ihr da wieder Zugang zur Facebook-Gruppe, zur Happy-Life-Community. Und ja, der Start ist eben 12. März. Und bis zum 4. März gibt es noch einen 10-Euro-Gutschein, wenn ihr euch in den Happy-Life-Kurs einmeldet. Und wenn ihr euch in den Rohkostreinigungsweg anmeldet, der umfangreichere Videokurs, wo dann noch mehr Hintergrundwissen dabei ist, dann gibt es sogar einen 30-Euro-Gutschein. Genau, also wenn das was für dich ist, dann schreib dich einfach ein, schau dir den Kurs an. Auf der Kursseite steht alles genauestens drauf, ist alles unten drunter unter dem Video verlinkt. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.